Oh Gott sei Dank musst du das machen. Oh, das ist ein Geschenk. Jetzt erwarte ich zehn von dir. Aber der war geil, muss ich sagen. Braucht ihr eine Klatsche oder sowas? Genau, einmal eine Klatsche bitte. Ich hätte dir so gerne eine gegeben. Okay. Ich mag sowas gar nicht. Ich bin ganz angespannt. Bundesliga-Torschützenkönige. Wann geht es los? Jetzt direkt. Marek Münthal, Stefan Kießling, Lewandowski. Ja, ich weiß nicht. Martin Max, Thomas Christiansen, Edin Dzeko. Eppesand? Eppesand bestimmt auch mal. Ailton? Stimmt, Ailton, safe. Giovanni Elber bestimmt mal. Mario Gomez? Ich weiß auch nicht, wie ich auf Marek Münthal kann. Aber der war geil, muss ich sagen. Oh Gott sei Dank musst du das machen. NFL-Teams. Baltimore Ravens, New England Patriots, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, Buffalo Bills, New York Jets. Gut. Sechs, ne? Ja. Aber da hätte ich, also ciao, da wäre ich raus gewesen. Gott sei Dank, seit diesem Jahr kenne ich mich da ein bisschen aus. Bist du ready? Warte noch. Jetzt. BVB-Spieler zwischen 25 und 30 im aktuellen Kader? Manuel Akanji, Julian Brandt, ähhhhhhhhh. Motorhut, Emre Can, Nico Schulz. Raphael Guerreiro. Schade. Ready? Ja. Nachbarländer Deutschlands. Polen, Tschechien, Holland, Belgien, Schweiz, Österreich, Dänemark, Luxemburg. Habe ich irgendwen vergessen? Ich will. Bist du soweit? Ja. Einmal durch. Spieler mit B. Brandt, Bruno Fernandes. Der zählt, der zählt. Weiter, weiter. B. Ich finde das unendlich schwierig, Spieler mit B. B. Mir ist nur noch Berischer gerade eingefallen. Sonst keiner gerade. Bellingham. Da ist man komisch blank irgendwie, ne? Ja, und dann? Dann nach Bellingham. Ja. Ey, das finde ich eine schwierige Kategorie. Ready? Ja. BVB-Torhüter, auch ehemaliger. Teddy De Baer, Roman Weidenfeller, Gregor Kobel, Marvin Hilz, Roman Bürki. Boah Gott! Marc Ziegler, Giong Vanuys. Ziegler. Sehr streng. Sehr strenge Auslegung. Bundesliga, Stadien. AOK Arena, Signal Iduna Park. Boah, wie heißen die? Allianz Arena. Alter, ich weiß auch nicht, wie alle heißen. AOK Arena. Was ist das? AOK Arena. Gibt's das noch? Das gibt's, das gibt's glaube ich nicht. Nee, gibt's gar nicht. Nee. Aber ich werde auch... Aber doch, die gibt's irgendwo. Aber die ist nicht am ersten. Das ist das Frauenstadion in Wolfsburg. Ah ja, da hab ich drin. Ja, da war ich wieder Nationalmannschaft jetzt. Hatte ich irgendwie noch im Kopf. Hä? Was ist das? I. 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 Spieler mit I. In-Gwatzen. In-s. In-s. I. 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 Ich bin mit drei einverstanden, muss ich sagen, bei I. 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 So, Mitte 90er? Mitte 90er? Ende 90er? Und Ingwerzen kennst du aber? Ja, den kenn ich. Bist du good to go? Ja. Haben wir einen mit I bei uns in der Landschaft? Nicht, ne? Den wir jetzt Unrecht getan haben? Nein. Oh, dein Geschenk. Jetzt erwarte ich 10 von dir. Deutsche Meister. Bayern, Kaiserslautern, Wolfsburg, Bremen, Dortmund, Nürnberg, HSV. 1860, Braunschweig, VfB Stuttgart. Genau, Stuttgart. Aber dann wird es schon eng, muss ich auch sagen. Hast du Wolfsburg aufgezählt? Ja. Köln hast du nicht gesagt? Oh, Köln habe ich nicht gesagt. Ja. Genau, ja. Aber war gut. Und einverstanden. Ja. Ich glaube, ich weiß, was die letzte Frage ist. Ne, weiß ich nicht. Deutsche Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Stuttgart, Frankfurt, Mainz. Mainz stimmt auch glaube ich nicht, ne? Ne. Bremen. Oh. Der Wunsch. Dankeschön. Hast du auch verdient. Ich behaupte jetzt mal stock und steif, dass ich die Kategorien der Mannschaft gewinnen werde hier. Ja. 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 Ja.